Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von 4 zu 1, dem Stadtgespräch vor Ort, heute hier im Alten Rathaus am Alten Markt hier in Magdeburg. Ja, liebe Zuschauer, stehen Sie sich vor, dieser 10-Euro-Schein, den multipliziere ich jetzt mal mit 150 und diese 1500 Euro, die schenke ich Ihnen jeden Monat, einfach mal so ohne Bedingung. Ich wäre dann natürlich nicht ich, sondern der Staat und Sie müssten dann zum Beispiel auf jeden Fall auf alle Sozialleistungen des Staates verzichten. Und damit sind wir auch schon beim Thema für die nächsten 60 Minuten, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben uns zu diesem Thema natürlich für immer kompetente Fachleute, diesmal vor allem Fachfrauen, eingeladen und die stellt Ihnen Dietmar Porke vor. Ja, schönen guten Abend auch von mir und ich habe wieder die Aufgabe, unsere Gäste alle zu begrüßen. Ich fange mal an mit der Ingrid Fennig. Sie ist Bürokauffrau und Mitglied der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Magdeburg. Vielleicht sagst du auch mal so ein bisschen deinen Werdegang, wo du herkommst und wie du dazu gekommen bist. Ja, also wie gesagt, ich bin Bürokauffrau, im Moment gerade ohne Job. Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens hat mich irgendwann vor sechs, sieben, acht Jahren das erste Mal erreicht. Und damals war ich noch relativ skeptisch, wie wahrscheinlich viele. Was soll das? Was bringt das? Wer soll das bezahlen? Irgendwann habe ich mich intensiver damit befasst, weil einfach für mich die Zeit reif war. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich mit dieser Idee weiter auseinandersetze und diese Idee möglichst vielen Menschen nahe bringen möchte, weil ich sie für sehr wichtig und sehr wertvoll für unsere Gesellschaft finde. Da kommen wir dann ja nachher noch ausführlich dazu. Neben mir sitzt Dr. Rosemarie Hain von der Linken, Mitglied des Bundestages und Kunstwissenschaftlerin von Beruf Eigentlich. Also nicht Berufspolitikerin. Vielleicht sagst du auch mal so ein bisschen zu dir, zu deinem Werdegang. Mache ich gerne. Also erst mal bin ich Lehrerin. Merkt man manchmal auch. Kunstwissenschaftlerin bin ich auch, habe aber in diesem Beruf nie gearbeitet. Als Lehrerin habe ich einige Jahre gearbeitet, bin aber seit der Wende, also seit 1990, 1991 quasi fortlaufend in der Politik tätig. Viele Jahre im Landtag von Sachsen-Anhalt mit drei Jahren Unterbrechung, dann seit 2009 im Deutschen Bundestag. Und in den drei Jahren Unterbrechung und auch bis jetzt habe ich vor allem als ehrenamtliche Stadträtin gearbeitet und sonst ganz viele Sachen gemacht, die man eben halt so macht, wenn man keinen Job hat. Und vielleicht muss man vielleicht auch erwähnen, du hast letztes Mal bei der Bundestagswahl das Direktmandat für Magdeburg geholt. Ja, auch zu meiner Überraschung, ja. Mir gegenüber sitzt Dr. Lydia Hüskens von der FDP. Zurzeit nicht im Landtag, kann man sagen. Also Opposition außerparlamentarisch, wenn man so will. Aber du hast ja auch finanzpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion damals und sozusagen eigentlich auch prädestiniert für dieses Thema. Vielleicht sagst du auch mal ganz kurz dein Werdegang. Klar, mache ich gerne. Dr. Lydia Hüskens, ich bin von Hause aus Historik und Politikwissenschaftler. Ich habe aber eigentlich immer im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, auch viel im Bereich öffentlicher Verwaltung gearbeitet. Bin dann neun Jahre im Landtag von Sachsen-Anhalt gewesen, neun Jahre für Finanzpolitik zuständig. Und was ich mindestens ebenso spannend fand, fünf Jahre für Sozialpolitik. Und das bringt dann natürlich genau das Thema, was wir heute auch diskutieren wollen, zusammen nämlich immer die eine Seite erwirtschaften und die andere Seite ausgeben zu können. Und ich glaube, das hat für mich persönlich einen sehr interessanten neuen Blick auf das Thema Finanzen gebracht. Gut, und neben dir sitzt Carina Pieper, ihres Zeichens freischaffende Künstlerin. Künstler sind ja manchmal wirklich, nicht jeder ist, sagen wir mal, so auf Hosen gebettet. Viele Künstler existieren auch so ein bisschen am Rande des Existenzminimums. Sie wissen nicht, wie sie den Monat über die Runden kriegen. Und deswegen haben wir dich mit eingeladen. Vielleicht erzählst du mir mal jetzt kurz ein bisschen was zu dir. Dass du mal die Sache von der künstlerischen Seite für deinen Berufsstand mal so ein bisschen beleuchten kannst. Ja, also du hast es ja schon gesagt, ich heiße Carina Pieper und bin in erster Linie erstmal freischaffende Künstlerin, Sängerin. Lebe in der Regel von meinen Covershows, die ich performe. Habe dafür auch schon mehrere Preise gewonnen. Und bin bundesweit unterwegs, werde auch in Europa gebucht, also in Italien oder Schweiz oder Österreich. Allerdings ist es so, dass man schon in den letzten Jahren auch merkt, dass es ein harter Kampf ist wirklich. Und du musst gucken, wirklich auch dich nicht mit Dumpingpreisen zufriedenzugeben und so weiter. Also da ist man schon auch in einer Materie drin, wo man sagt, was soll das. Und als Künstler hat man es nicht einfach. Nebenbei vermittle ich auch andere Künstler. Habe mir auch im Internet mehrere Seiten aufgebaut, mehrere Webseiten und bin jetzt auch aktiv auf Facebook. Das mal so ganz kurz. Das heißt, du hast dann auch quasi so eine kleine Agentur, wo du dann... Ja, genau. Das mache ich nebenbei halt. Zum Thema haben wir natürlich auch wieder eine Umfrage gemacht. Wir haben mal auf der Straße Magdeburger gefragt, ob sie sich überhaupt unter dem bedingungslosen Grundeinkommen was vorstellen können, was sie davon halten und ob sie dann auch noch arbeiten gehen würden, wenn es das gäbe. Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen gut, weil es gibt ja sowas in der Art jetzt schon. Das heißt halt Hartz IV. Wenn ich arbeiten kann, verdiene ich mein Geld. Und das ist ja für die Leute wichtig, dass sie ihr eigenes Geld verdienen, nicht dazu irgendwo eine Zuweisung kriegen. Vom Grundgedanken ist das erstmal souverän, nicht schlecht. Bringt bestimmt auch ein paar wirtschaftliche oder überhaupt machbare Probleme, wie wir es realisieren. Dann kann ich gerne nicht für das Lust an der Laune arbeiten. Und ich muss auch nicht, zum Beispiel jetzt die zwölf Jahre Schulausbildung machen, um dann später nicht arbeiten gehen zu müssen. Bedingungsloses Grundeinkommen finde ich gut, sehr gut. Nee, finde ich scheiße. Wieso? Nee, finde ich absolut dagegen. Ich finde, man sollte irgendwie dafür, dass man Geld verdient, auch was tun. Das, was ich auch sage, jeder soll das bekommen, was ihm auch zusteht. Und es kann nicht sein, dass ein Arzt, der ja auch seine Leistung gebracht hat, gleich dargestellt wird für einen, der in seinem Leben lang überhaupt nicht gearbeitet hat. Das gibt es ja auch genug von. Also die, die arbeiten gehen, sollen ruhig ihr Geld so verdienen. Ich finde, das soll ruhig für die Leute bleiben, die halt auch wirklich nichts haben. Würde ich sofort aufhören mit Arbeiten. Weil ich ja noch nicht mal so viel verdiene, wie ich dann kriegen würde. Das geht nicht. Die werden nie auf einem Lennart kommen. Niemals. Es gibt ja Leute, die drücken sich halt wirklich Monat um Monat, Jahr um Jahr um Arbeit. Und ja, ein bisschen rigoros, ne, aber ich finde, also Geld verdienen, finde ich, also das Wort verdienen sagt eigentlich, dass man es verdient. Und dadurch fällt nicht die Motivation zu arbeiten, sondern die steigt, weil ich dann genau das machen kann, worauf ich Bock habe und nicht das, womit ich am meisten Kohle kriege. Also ich denke schon, dass die Leute noch freiwillig weiterarbeiten würden. Nur halt eher dann, was sie gerne machen. Also die Frage ist halt nur, was dann mit Jobs passiert, die keiner gerne macht. Ja, so weit die Meinung der Magdeburger und Magdeburgerinnen, liebe Zuschauer. Ich beginne mal unsere kleine Diskussion mit einem Zitat von Herrn Schäuble, der 2010 der Frankfurter Rundschau gegeben hat. Dieses Land gibt einschließlich der Sozialversicherung etwa eine Billion Euro Sozialleistungen im Jahr aus. Das sind im Durchschnitt 12.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Da muss man sich schon mal die Frage stellen, ob wir unsere Sozialleistungen nicht verbessern können. Frau Fennig, zählt dazu das bedingungslose Grundeinkommen? Kann man das damit verbessern? Also für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen, die Idee, die dahinter steht, mehr als nur eine soziale Absicherung, das mal vorneweg. Aber auf jeden Fall zeigt es, dass die große Frage, die immer kommt, ist denn das überhaupt finanzierbar, wo soll denn das Geld herkommen, nicht die hauptsächliche Frage ist. Die hauptsächliche Frage ist für mich, wollen wir als Gesellschaft das? Sind wir bereit, dieses Grundeinkommen jedem Menschen zuzugestehen? Und dann ist es eine Möglichkeit. Vielleicht können Sie mal den Zuschauern erklären, was ist das überhaupt? Wie setzt es sich zusammen? Wie viel Geld geht es da? Kommt das monatlich, jährlich? Wie soll sich das überhaupt äußern? Ja, also vielleicht noch zwei Sätze zu der jetzigen Situation, weshalb dieses Grundeinkommen für mich, oder die Zeit für das Grundeinkommen für mich jetzt reif ist. Wir als Gesellschaft, in erster Linie unsere Wissenschaftler, unsere Ingenieure, haben in den letzten Jahrzehnten, letzten 100 Jahren, sehr viel Kraft und auch Geld darin investiert, uns die eintönige, die schwere körperliche Arbeit abzunehmen. Es werden immer mehr Maschinen, Computer, Roboter gebaut. Die menschliche Arbeit wird an vielen Stellen immer weniger gebraucht. Das ist gut. Das ist absolut richtig und darauf können wir stolz sein, dass es so ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, was passiert mit den Menschen, die jetzt nicht mehr am Fließband gebraucht werden, die nicht mehr in der Landwirtschaft gebraucht werden, die auch nicht mehr in der Bank gebraucht werden, weil das alles jetzt online läuft und dort einfach weniger Menschen arbeiten. Es wird weiterhin produziert. Wir haben eine Volkswirtschaft, die ist so effektiv wie noch nie in Deutschland. Aber wir brauchen weniger menschliche Arbeit dafür. Die Menschen werden freigestellt, landen beim Arbeitsamt. Das ist vielleicht noch in Ordnung, das erste Jahr oder anderthalb Jahre, je nachdem. Und wenn sich dann immer noch kein Job gefunden hat, dann kommt dieser ganz große, dieser Ballon, vor dem man dann Angst hat, der sich umgangssprachlich Hartz IV nennt und der für denjenigen, der in diesem System drin ist, nicht immer einfach ist. Dazu können wir vielleicht nachher noch ein, zwei Sätze sagen. Vielleicht machen wir es mal konkret an Euros. Wie sollte das zusammen sein? Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir das Geld, was wir als Volkswirtschaft erwirtschaften, gleichmäßig verteilen. Dass jeder dafür, dass er da ist, die gleiche Chance hat. Und das wäre das Grundeinkommen, dass wir zum Beispiel sagen, jedem Menschen, nur dafür, dass er existiert, bekommt monatlich ein Einkommen gezahlt vom Staat, das bedingungslos ist, also das nicht an die Bedingung geknüpft ist, dass ich zum Beispiel eine Arbeit suche, weil wir von der Sache aus wissen, dass Arbeit im Sinne der jetzigen Arbeit, das, was wir jetzt unter Arbeit verstehen, gar nicht mehr da ist oder nicht mehr in dem Umfang da ist, dass sie existenzsichernd ist. Das heißt also, überhaupt der Armutsgrenze bedeutet mehr, als wir jetzt unter Hartz IV verstehen. Man redet von Zahlen 1.000 Euro, 1.200 Euro pro Person und Monat. Und dass das ohne, ja wie soll ich sagen, ohne Antrag, dass es jedem zusteht. Das Geld dafür hat ja Herr Schäuble schon 2009 gesagt, 1.000 Euro im Monat, so ein bisschen mehr pro Person und Monat, sind schon da. Sie sind im Moment nur, ich sage ich mal, anders verteilt. Ein großer Grund dafür, denke ich mal, ist auch, dass die Verwaltung der vielen Sozialleistungen, die in Deutschland gezahlt werden, der vielen Transferleistungen, einen sehr großen Verwaltungsaufwand hat. Ganz egal, ob ich jetzt, sagen wir mal, das Einfachste ist vielleicht noch das Kindergeld. Wenn das Kind da ist, bis zu einem bestimmten Alter gibt es Kindergeld, ist gut. Das ist nur an die Bedingung des Alters gebunden. Alles andere ist auf Anträge mit sehr vielen Bedingungen, ganz egal, ob es das BAföG ist, Arbeitslosengeld, Rente, alles muss beantragt werden. Und muss erwirtschaftet werden von demjenigen irgendwie selber, außer Hartz IV. Und da haben wir gerade bei Hartz IV dann eben immer diesen Makel, ich merke es jetzt gerade selber, jemand, der beim Jobcenter oder über das Jobcenter einen Teil seines Einkommens bezieht, bei mir ist es auch nur ein Teil, bekommt dann immer irgendwie, naja, aber wenn du dich richtig bewerben würdest und wenn du dieses machen würdest und jenes machen würdest, dann hättest du die Chance, obwohl allgemein bekannt ist, schon seit Längerem bekannt ist, die Arbeit wird immer weniger. Die, das, was wir im Moment als Arbeit definieren. Ich möchte die Definition Arbeit einfach ein bisschen größer fassen, aber dazu vielleicht... Ja, es gibt ja, also ich habe ja im Vorlauf der Sendung mich auch nochmal informiert, in Wikipedia gibt es ja einen ganz langen Artikel dazu, da hat man unter anderem so einen humanitären Ansatz und einen ökonomischen Ansatz. Worum besteht da der Unterschied? Vielleicht können Sie den Zuschauern das nochmal deutlich machen. Also der ökonomische Ansatz ist ganz einfach. Die Menschen haben immer weniger Geld, um die Güter, die produziert werden, auch kaufen zu können. Das ist ein Problem, dass viele Unternehmen spüren, die Umsätze gehen zurück, ganz egal, ob ich jetzt in ein Restaurant gehe, ob ich zum Friseur gehe oder wo auch immer, in einer Gegend, wo, sag ich mal, sehr viel Hartz-IV-Empfänger sind, wird das einfach nicht mehr nachgefragt, weil sich die Menschen das nicht leisten können. Ja, das zieht eine Kette nach sich, die kann man gar nicht absehen. Der humanitäre Ansatz ist für mich, es wird sehr, sehr viel Arbeit, die gemacht werden muss, die wir aber im Moment nicht als Arbeit anerkennen. Es gibt, ich zitiere einfach mal aus Wikipedia, jeder dritte Deutsche leistet ehrenamtliche Tätigkeiten. Das geht los bei den grünen Damen und Herren, die ins Krankenhaus gehen und dort Menschen in ihrer Freizeit betreuen und endet bei der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht funktionieren würde oder beim Technischen Hilfswerk, wenn die Menschen nicht in ihrer Freizeit unentgeltlich sich dort engagieren würden. Rote Kreuz und so weiter und so fort funktioniert nur dadurch, dass Menschen in ihrer Freizeit dorthin gehen, ohne Bezahlung dort zu arbeiten. Und das wird nicht anerkannt. Ein weiterer Teil, dem jegliche Anerkennung meiner Meinung nach fehlt, ist der Bereich der Familienarbeit. Ganz egal, ob es darum geht, seine Kinder zu erziehen oder sich vielleicht um die kranken Eltern oder Großeltern zu kümmern. Das ist ein Bereich, ja Gott, schön, dass du deine alte Mutter pflegst, aber ist das eigentlich Arbeit? Nee, du kriegst ja kein Geld dafür. Aber die Bürgerarbeit besteht ja nicht nur aus diesen beiden großen Bereichen, muss man natürlich auch sagen. Das ist die Arbeit, die geleistet wird, für die es kein Entgelt im Moment gibt, die nicht monetär in irgendeiner Weise einen Gegenwert bekommt. Da gibt es schon so innerlich Widersprüche bei Frau Hüssens, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich würde vielleicht nochmal auch für die Zuschauer zum Verständnis fragen wollen, seit wann gibt es die Idee und gibt es prominente Unterstützer? Also die Idee ist absolut nicht neu. Die wird schon seit hunderten Jahren diskutiert. Es gibt ein ganz interessantes Zitat von Schiller, das sich nicht direkt aufs Grundeinkommen bezieht, was ich aber sehr gut finde. Der Mensch ist gut, wenn er warm zu wohnen und zu essen hat, aber um sich wirklich entwickeln zu können, braucht es mehr, als nur zu essen und eine warme Wohnung zu haben. Nicht wortwörtlich, aber vom Sinn her. Jeremy Rifkin zum Beispiel hat 1995 ein sehr umfangreiches Werk geschrieben, wo er ganz konkret beweist, dass die Arbeit an sich, also das, was wir unter Arbeit verstehen, also wenn wir irgendetwas produzieren, eine Dienstleistung erbringen, dass die immer weniger wird. Und das, was er 1995 geschrieben hat, beweist sich, also er hatte hundert Prozent recht, was ich nicht verstehe, dass wir immer wieder von der Politik hören, ja, Vollbeschäftigung und wir arbeiten darauf hin und wir kriegen wieder eine Vollbeschäftigung und jetzt haben wir wieder da irgendwas, wenn ich bei Google reingehe, Google News und einfach nur Personalabbau eingebe, kriege ich mit dem Datum der letzten drei Tage zehn Nachrichten, wo steht, Firma sowieso hat 5.000 Plätze abgebaut, Firma sowieso plant für nächstes Jahr 1.200 Plätze abzubauen, die sind weg und die werden auch nicht durch andere ersetzt. Das ist weg, das ergibt sich so. Kommen wir vielleicht nochmal auf die prominenten Unterstützer zu, es gibt ja auch verschiedene Modelle. Ja, es gibt verschiedene Modelle des Grundeinkommens, es gibt das Modell des Bürgergeldes und auch beim Grundeinkommen gibt es verschiedene, ich sage mal, Varianten. Wichtig ist eben beim Grundeinkommen, dass es wirklich existenzsichernd ist und dass es bedingungslos ist. Über die wirkliche Höhe, denke ich mal, kann man dann reden, wenn es so weit ist. Mittlerweile ist die Diskussion in allen Bereichen, in allen Parteien gibt es Unterstützer für diese Idee, die das auch laut sagen. Es gibt, außer den Piraten, die es in ihrem Parteiprogramm haben, keine Partei, die sich als Ganzes, als Partei dazu bekennt, diese Idee nach vorne zu bringen. 2009 hatten wir eine Petition im Bundestag, die im Bundestag eingebracht wurde, von der Susanne Wies, das ist eine Tagesmutter aus Greifswald. Diese Petition hat innerhalb von wenigen Tagen 53.000 Unterstützer gehabt. Der Server damals im Bundestag ist zusammengebrochen, weil es einfach zu viele waren. Aufgrund dieser Petition gab es im Herbst 2010 eine Anhörung im Petitionsausschuss. Und seitdem ist nichts wieder passiert. Weil wir dabei Namen sind, ein ganz bekannter Vertreter ist ja Götz Werner, der Besitzer von DM, eigentlich ein Urkapitalist, der fragt man sich, wie kommt er zu so einer Idee? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Götz Werner ist auch nicht nur Unternehmer, Götz Werner ist Anthroposoph. Für ihn steht also der Mensch im Mittelpunkt. Und ich finde es ganz toll, wir werden ihn mit dem Herbst hier haben, er wird ja einen Vortrag halten. Darauf freue ich mich schon ganz doll. Er hat aufgrund seiner Tätigkeit bei DM, er hat ja dieses Unternehmen aus nichts aufgebaut, zusammen mit seinem Partner aus Österreich. Und er ist in einen ganz anderen Ansatz gegangen. Für ihn ist der Mensch, der dort arbeitet, er braucht einen Einkommensplatz, er braucht keinen Arbeitsplatz. Er braucht erstmal ein Einkommen, um arbeiten zu können. Es ist eine andere Denkweise. Mit der muss man sich vielleicht erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Das hört sich erstmal ein bisschen fremd an. Hört sich genauso fremd an, wie vor ein paar hundert Jahren, als plötzlich jemand auf die Idee kam, die Erde ist keine Scheibe, die ist ja rund. Und nicht die Sonne dreht sich um uns, sondern wir drehen uns um die Sonne. Und ein bisschen kann man das damit vergleichen. Es ist auch, er nennt es die kopernikanische Wende, die in unseren Köpfen erst stattfinden muss. Zum Schluss, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, möchte ich nochmal wissen, es gibt ja, oder es gab in Namibia so eine Testversion in einem Dorf. Vielleicht können Sie den Zuschauern da nochmal ein bisschen was erzählen, Freunde. Ja, da hatten wir gerade ganz prominenten Besuch aus Namibia, den Herrn Herbert Jauch, der Deutscher, der seit Ende der 80er Jahre dort als Lehrer tätig ist und dieses Projekt in Namibia in einem Dorf in Otivera mit unterstützt und begleitet hat. Dort, ich muss mich dazu sagen, Namibia ist zwar, was die Grundschätze zum Beispiel angeht, ein sehr, sehr reiches Land, aber die Menschen, die meisten Menschen dort leben in absoluter Armut. Da geht es einfach um das Überleben, um das Nicht-Verhungern-Müssen. Also eine ganz andere Situation als hier bei uns. Ja, dort hat man zwei Jahre lang in diesem Dorf ein Grundeinkommen gezahlt in Höhe von 100 Namibia-Dollar pro Person. Das sind umgerechnet 9 Euro im Monat. Damit, dieses Geld kam von, nicht vom Staat, sondern von allen möglichen Institutionen, auch unter anderem von der Friedrich-Ebert-Stiftung hier aus Deutschland. Die hat das mit unterstützt von Spenden, auch von Spenden aus Namibia, also von Menschen, die das dort eben sich leisten können. Über zwei Jahre bekamen die, wie gesagt, jeden Monat diese 100 Namibia-Dollar und man hat dann beobachtet, was passiert in dem Dorf. Viele sind davon ausgegangen, oh, wenn ich denen jetzt, noch dazu den Schwarzen, ja, jeden Monat 100 Dollar gebe und die brauchen nicht arbeiten, dann saufen die bloß noch. Das haben die einfach so gesagt. Und es stellte sich dann raus, nee, es wurde nicht mehr Alkohol verkonsumiert, ganz im Gegenteil. Es hat sich sehr, sehr vieles zum Positiven bewegt in diesen zwei Jahren. Die Kinder konnten endlich essen. Sie sind also nicht hungrig zur Schule gegangen, sie konnten überhaupt erst mal zur Schule gehen, weil die Eltern die vier Namibia-Dollar Schulgeld fürs Jahr bezahlen konnten. Das konnten die vorher nicht. Die Kinder konnten zur Schule gehen, sie konnten auch wirklich lernen, weil sie keinen Hunger hatten, weil sie überhaupt die Chance hatten, den Lehrstoff aufzunehmen. Die Menschen konnten zum Arzt gehen. Der Arzt ist sogar ins Dorf gekommen. Bis dahin konnten sie das nicht, weil der Arzt weit weg war. Sie mussten dort irgendwie hinkommen, das kostet Geld, das hatten sie nicht. Und in Namibia gibt es, so ähnlich wie bei uns die Praxisgebühr war, auch, ich weiß nicht, drei oder vier Dollar, die man erst mal zahlen muss, damit der Arzt mich behandelt. Das hatten die Menschen nicht. Plötzlich hatten sie das und der Arzt hat gesagt, gut, ich komme dann zu euch und der Gesundheitszustand in dem ganzen Dorf hat sich erheblich verbessert. Die Kriminalität ist zurückgegangen. Die Menschen, viele Frauen vor allen Dingen, haben sich mit einem kleinen Geschäft selbstständig gemacht. Der eine hat angefangen, Brot zu backen. Unter den primitivsten, für uns primitivsten Bedingungen, hat er angefangen, Brot zu backen, das an ihre Nachbarn zu verkaufen, ist damit bis in die nächste Stadt gefahren, hat es dort verkauft, hat sich ein kleines Geschäft aufgebaut. Aber was für mich ganz, ganz wichtig ist und was die Parallele auch zu Deutschland ist oder zu uns, sage ich mal, im europäischen oder im industriellen Bereich, im industrialisierten Bereich, die Menschen hatten plötzlich die Entscheidung, etwas ändern zu können in ihrem Leben. Da war zum Beispiel eine Frau, die hat bei einem Farmer gearbeitet, eine Alleinerziehende mit drei Kindern, hat bei einem Farmer gearbeitet unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Und diese Frau hat gesagt, ich habe das jetzt nicht mehr nötig. Ich nehme jetzt meine drei Kinder und gehe dahin, wo ich besser arbeiten kann. Die hat weiterhin gearbeitet, selbstverständlich, aber nicht mehr unter diesen Bedingungen und so, dass sie auch wirklich mit ihren Kindern ordentlich leben konnte. Für namibische Bedingungen. Oder eine andere Frau, die gesagt hat, seit ich dieses Grundeinkommen habe, muss ich mich nicht mehr zu jedem Mann ins Bett legen. Das ist keine Prostitution. Das hat Albert Jauch ausdrücklich gesagt. Das ist nicht das, was wir unter Prostitution verstehen. Aber es wird einfach davon ausgegangen, wenn du etwas von mir willst, dann bitte schön, erst mal so, das brauche ich plötzlich nicht mehr. Meine Menschenwürde ist gestiegen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Leider ist dieses Projekt nach zwei Jahren ausgelaufen. Im Moment gibt es einige, die das noch unterstützen finanziell, sodass man ab und an dort weiterhin Geld eins auszahlen kann. Mal fünf Euro, mal fünf Euro umgerechnet, mal acht Euro, je nachdem. Aber es ist natürlich abzusehen, dass dieser Erfolg, den man dort erarbeitet hat, sich langsam wieder abschwächt, weil das Geld einfach nicht da ist. Und das ist ja schade. Ja, ich hatte auch gehört, die Spendenbereitschaft hat wieder abgenommen dort. Aber das sind ja trotzdem Erfahrungen, die man sicherlich im Hinterkopf behalten kann. Und die wissen gerade auch natürlich schon, auf andere Länder vielleicht anwenden könnte oder verallgemeinern könnte. Aber ich habe die ganze Zeit gesehen, die Lydia hat schon ab und zu ein bisschen skeptisch reingeblickt. Ich meine, ihr von der FDP hattet ja das Bürgergeld auch schon mal, auch im Wahlprogramm wird drin. Das ist eben nicht bedingungslos, sondern an die Bedingung der Arbeit geknüpft, so ähnlich wie Hartz IV eben auch. Jeder muss sich bemühen sozusagen. Aber was sagt mal deine Meinung dazu? Ja, also das ist genau im Endeffekt der Punkt, um den es mir geht. Also bedingungslos, da habe ich ein Problem mit. Weil ich finde, Gerechtigkeit und Fairness in einer Gesellschaft bedeutet auf der einen Seite, dass ich als Gesellschaft und auch als Einzelner, der natürlich in den Gemeinwesen investiert, dafür sorge, dass beide Seiten den Eindruck haben, gerecht und fair behandelt zu werden. Wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er sie. Aber derjenige, der helfen kann, also der zum Beispiel Steuern zahlt, muss auch immer den Eindruck haben, dass der andere nur das nimmt, was er wirklich braucht. Und das ist ja nur leider eine Beobachtung, die wir alle machen. Es gibt viele, die sich wahnsinnig bemühen, die sich wahnsinnig engagieren, die das tun, was sie eben können. Aber es gibt halt einfach auch viele Zeitgenossen, die das extrem angenehm finden, dass andere für sie arbeiten. Und diesen Fairnessausgleich, den muss ich halt eben immer herstellen. Und ich glaube, ich muss auch dafür sorgen, dass gesetzliche Anreize so sind, dass es nicht in die eine und die andere Richtung auspendelt. Das ist, glaube ich, ein Diskurs, den man ständig führt. Also über die Höhe. Das ist bei Hartz IV im Endeffekt auch. Wir diskutieren ja ständig, ist die Höhe wirklich angemessen? Was hat darunter subsumiert zu werden? Was muss ich berücksichtigen? Geht es in Europa, wie ich sage mal in anderen Ländern so, dass es einfach nur um Essen und Trinken darüber in den Kopf geht? Oder möchte ich zum Beispiel soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe mit berücksichtigt haben? Letztens haben wir mit der Diakonie die Frage diskutiert, sollen Handykosten mit dabei sein? Gehört das heute zum Grunderkommen? Das sind Sachen, die muss man dann halt eben immer im Detail ausdiskutieren, was dann dazu gehört, was Menschenwürde in Deutschland bedeutet. Aber für mich ist wichtig, dass es nicht bedingungslos ist, sondern dass es halt schon auch immer an die Forderung geknüpft ist, bemüht sich jede erstmal um sich selber, so gut er das kann. Und die Gemeinschaft tritt für all diejenigen ein, die das halt nicht können oder nicht in ausreichendem Masse können. Also mein Problem ist nicht das von Lydia Hüskens. Also ich will mal zunächst sagen, in einer Partei wird das ja auch diskutiert. Es gibt eine sehr prominente Vertreterin, Katja Kipping, die das bedingungslose Grundeinkommen favorisiert. Und es gibt aber auch eine ganze Reihe anderer Mitglieder in unserer Partei, die da eher skeptisch sind. Deshalb steht es in unserem Parteiprogramm im Moment nur so, auch im Wahlprogramm wird es so stehen, als ein Modell, was wir weiter diskutieren wollen. Also das finde ich auch völlig richtig. Mein Problem, ich bin eher eine Skeptikerin, mein Problem ist nicht so sehr, dass jemand das missbrauchen könnte und sich auf die faule Haut legt. Weil das ist auch jetzt nicht so. Menschen, die keine Arbeit haben, legen sich in den wenigsten Fällen auf die faule Haut. Die werden das immer als Paradebeispiel angeführt, sondern sie arbeiten. Sie arbeiten sehr oft ehrenamtlich, sie suchen nach Arbeit und sie sind mit ihrer Situation unzufrieden. Und deshalb denke ich schon, dass man über Lösungen nachdenken muss. Und wir sind uns einig, dass es ein existenzsicherndes Einkommen für jeden geben muss. Und dann fragen wir uns, über welchen Weg kommt das zustande. Das ist einmal für uns die Mindestsicherung, die wir haben wollen. Die ist aber eben auch kein Grundeinkommen. Mein Problem mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist eher, dass ich glaube, dass es die Problematik, die wir haben, auf eine andere Stufe hebt, aber nicht aufhebt. Die Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens gehen vor allem davon aus, dass die Arbeit nicht mehr reichen wird und dass Vollbeschäftigung eine Illusion ist. Das denke ich nicht. Sie haben das richtig gesagt. Wir haben in dieser Gesellschaft einen Haufen Arbeit, die nicht bezahlt wird. zum Beispiel im gesamten Bereich der personenbezogenen, personennahen Dienstleistungen. Da drängen wir zurzeit viel in den ehrenamtlichen Bereich abgedrängt, was eigentlich bezahlte Arbeit sein müsste. Und warum um alles in der Welt müssen die einen arbeiten bis zum Umfallen, mitunter auch noch für sehr schlechtes Einkommen, wo sie dann auch aufstocken müssen, und die anderen haben gar keine. Ich glaube, dass es auch eine Frage der Verteilung von Arbeit ist, wie man existenzsicheres Einkommen herstellt. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, dass ich sage, okay, wir müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, in einer Gesellschaft, die auf Warenproduktion aufbaut und die Verteilungsmechanismen vorrangig noch über Erwerbsarbeit funktionieren. Was ist Erwerbsarbeit in dieser? Und wenn ich sage, okay, wir haben Grundeinkommen, jeder kriegt das, habe ich kein Problem mit, zunächst mal, und dann gehen aber welche noch arbeiten und können sich was dazu verdienen. Die sind in jedem Falle besser gestellt, als die mit einem Grundeinkommen. Und dann denke ich mal an die Debatte, die wir im Deutschen Bundestag um nur 5 Euro Erhöhung bei Hartz IV hatten. Und dann stelle ich mir vor, wir legen jedes Mal fest, was ist denn nun das bedingungslose Grundeinkommen, was ist denn die angemessene Höhe. Und dann kommen die Mieten in München und die Mieten in Magdeburg dazu und dann sind wir auf einer Strecke, wo ich sage, Leute, darüber müssen wir ernsthaft mal gut überlegen, ob das die Probleme löst, die wir in dieser Gesellschaft, und da sind wir sicherlich ganz dicht beieinander, die in dieser Gesellschaft sind und die gelöst werden müssen und die Menschen belasten. Nun gibt es ja auch, entschuldige, nun gibt es ja auch die Möglichkeit, da ruft schon jemand an wahrscheinlich und möchte sich dafür bewerben. Nun gibt es ja aber auch die Meinungen unter anderem, ja, wenn jeder das bedingungslose Grundeinkommen bekommt, also auch Kinder, ich übertreibe jetzt mal, sagen wir mal, nehmen wir mal die 1.500 Euro, 4 Köpfe, 4 Familie, die haben dann 6.000 Euro netto auf der Hand. Sind Sie da sicher, dass da dann die Familie sagt, gut, okay, da gehen wir auf jeden Fall noch arbeiten und machen was? Also, das ist ein Problem. Ich denke mal, man muss auch unterscheiden, oder wäre jetzt mal eine Frage auch, Namibia ist ja ein Entwicklungsland und wir sind ja ein Industrieland, das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Ja, also, ich weiß nicht, wie Sie das zum Beispiel sehen, Frau Pieper. Ja, also, ich würde ja erstmal sagen, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, als was sieht man Arbeit an? Ja, ist es eine Beschäftigung? Ist es für jemanden arbeiten im Sinne von Pflichtbeschäftigung? Oder ist es eine freie Beschäftigung als selbstständige Arbeit? Da sehe ich immer noch so den Ansatz, wo man auch mal drüber nachdenken sollte. Ich denke mal, wir in Deutschland denken viel aus der Sicht der Pflichtbeschäftigten. Was ich zum Beispiel als Freiberufler nicht so sehe, ich muss für mich selbst sorgen und das machen viele ja auch, oder viele trauen sich ja gar nicht, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, als Freiberufler zu sagen, ich will jetzt Sänger werden oder ich will jetzt als Künstler meinen Lebensunterhalt verdienen. Die trauen sich ja erst gar nicht, das, was sie machen wollen, überhaupt den Schritt in diese Selbstständigkeit zu wagen, weil sie der Meinung sind, sie kommen da nicht klar mit den Finanzen. Und darum geht es ja eigentlich auch, um erstmal eine Grundlage zu schaffen, um zu sagen, ich habe hier ein gutes Gefühl. Ich habe es damals gemacht, weil ich dachte, Mensch, das packst du irgendwie, kriegst du hin. Aber ich denke mal, dass in vielen Köpfen auch vorherrscht die Meinung, die denken dann eben aus dem Pflichtversichertenverhältnis, dass diese Meinung dann vorherrschend ist und sie gar nicht erst über diesen Schritt nachdenken, in eine selbstständige Tätigkeit zu wechseln. Und ich denke mal heutzutage in Zeiten des Internets, wo alles auch da veröffentlicht werden kann und wo alles reingesetzt werden kann und teilweise eben diese Produktionsbedingungen jetzt auch vorherrschen, was ja auch gut ist und eine Erleichterung. Aber auf der anderen Seite geht auch viel Einkommen an der Stelle verloren. Ich sehe das bei mir jetzt, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich mache auch eigene Lieder und es wird veröffentlicht und so weiter. Du denkst nur nach, ist GEMA sinnvoll, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Es ist viel die Situation, dass man verunsichert ist, in welche Richtung gehst du jetzt, willst du keinen Druck ausüben oder sonst was. Ich finde es auch gut mit der Verteilung da im Internet, dass sich das alles rumstreut. Aber auf der anderen Seite geht da auch wieder Einkommen verloren. Und ich denke mal, dass einfach auch mal dieses Qualitätsbewusstsein heute auch nicht mehr so da ist. Viel mit Quantität und so weiter, vorherrschen in den Köpfen der Leute. Aber eben auch hier dieser Schritt in das selbstständige Denken. Aus welcher Perspektive sieht man das? Die Kritik ist ja, Sie würden ja dann auch arbeiten gehen, auch wenn Sie das Grundeinkommen bekommen würden. Ja, ich sage mal, ich sehe Arbeit nicht als Arbeit in dem Sinne an, wie das viele so sehen, sondern eben als eine kreative Beschäftigung und dann eben sein Geschäft daraufhin aufzubauen. Und das ist ja die Kritik auch, wenn man jetzt mal abgesehen von dem Grundeinkommen für die Familie, in dem wir vorhin gesprochen haben, ja, dass der Anreiz dann weg ist, für das Volkseinkommen überhaupt noch was zu erwirtschaften. Das sehe ich irgendwo nicht so. Weil, wie gesagt, ich mache das freiwillig. Dann Frau Fennigson. Es gibt so ein paar Umfragen zu dem Thema und da kommen wir immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Wenn ich jemanden, der vorher von dieser Idee noch nie was gehört hat, frage und da sagt der, na ja, dann würden doch die Leute nicht mehr arbeiten, weil mit dem Geld lege ich mich doch zurück. Und wenn man diesen Menschen dann fragt, was würdest du denn machen? Oh ja, also ich würde weiterarbeiten. Vielleicht nicht in dem Job, den ich jetzt mache, weil ich habe schon lange eine andere Idee im Kopf. Oder nicht mehr so viel, weil im Moment habe ich eine 60-Stunden-Woche und ich sehe meine Familie überhaupt nicht. 30 Stunden reichen auch. Oder ich mache mich selbstständig. Oder wie auch immer, ich nehme mir mal eine Auszeit. Die allerwenigsten sagen von sich, ich höre ganz auf zu arbeiten. Die meisten sagen, jawohl, ich brauche Arbeit. Vielleicht nicht die, die ich jetzt mache, weil mit der Arbeit bin ich nicht zufrieden, weil das ist sowas von stupide oder mein Chef, der nervt von morgens bis abends oder was auch immer es für Gründe gibt. Oder der Druck ist so stark, den möchte ich mich nicht mehr aussetzen. Aber die Arbeit, die brauchen wir als Mensch, die Bestätigung. Und das ist auch der Grund, weshalb viele, die arbeitslos sind in dem jetzigen Begriffssystem, sich irgendwo eine Beschäftigung suchen im ehrenamtlichen Bereich, die sie aber im Endeffekt nicht befriedigt. Und wenn ich mir die Hartz-IV-Regeln genau durchlese, dann dürfen sie es noch nicht mal. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber der Mensch braucht etwas, um sich zu verwirklichen. Der Mensch, so wie wir sind, ist nicht so, dass er sagt, oh, das ist aber schön, jetzt kriege ich jeden Monat 1200 Euro. Was mache ich damit? Na gut, da spare ich jeden Monat 200 Euro. Dann kann ich in drei Monaten erst mal auf Malle. Das machen die wenigsten, das denken wir von den meisten. Aber die wenigsten werden es tun. Die Menschen, die jetzt arbeitslos sind, da spreche ich von mir und von vielen anderen, die ich kenne, sind unzufrieden mit der Situation, nicht nur, weil sie wenig Geld haben, sondern weil ihnen auch die Anerkennung im Beruf und in der Tätigkeit fehlt. Und das wird sich, denke ich mal, mit einem Grundeinkommen sehr schnell regeln, dass die Arbeit einfach neu verteilt wird. Ich sehe das so auch als positive Motivation ein bisschen auch an. Also es ist wie ein Vertrauensvorschuss für mich jetzt. Also in meinen Augen ein Vertrauensvorschuss. Hier habt ihr was, nun zeigt mal, was ihr damit macht und was ihr daraus Kreatives schaffen könnt. Also ich sehe das mehr als Unternehmer, so wie der Götz Werner auch. Ja, wobei man natürlich auch die Kritiken, die ich zum Beispiel auch gelesen habe dazu, eine Volkswirtschaft besteht ja nicht nur aus kreativen Berufen. Also es müssen auch Polizisten gehen und Lehrer oder sonst was. Alles gut, aber die viele Leute gehen mit Angst vor Arbeit. Und wenn die dann sagen, ich habe jetzt mal ein Grundeinkommen und werde mal sehen, dass auf diese Art und Weise dann auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sich verändert und besonders unangenehmer Arbeiten dann eben auch besser bezahlt werden, weil sie gemacht werden müssen. Das mag sein, dass es solche Effekte gibt. Ich teile auch völlig die Auffassung, dass sich die allermeisten, egal ob sie ein Grundeinkommen, also wenn sie ein Grundeinkommen haben, irgendwie Arbeit suchen werden. Aber ich sage trotzdem, dieses Grundeinkommen ist immer nur eine untere Absicherung. Ja, das reicht ja auch. So, dass man nicht ins Bodenlose fällt. Was ist ein würdevolles Leben? Ja, was ist ein würdevolles Leben? Da fangen wir schon an zu diskutieren. Da sind die Ansprüche auch sehr unterschiedlich und ihre Kreativität ist ja auch dazu da. Es ist ja auch Erwerb. Also sie wollen ja davon auch leben. Also auch ein bisschen besser leben. Das heißt, wir gehen doch nicht davon aus, es gibt ein Grundeinkommen und alle Arbeiten, die in der Gesellschaft zu leisten sind, werden ehrenamtlich gemacht. Das ist ja nicht der Strick. Das ist ja dann die Arbeit, die dann auch bezahlt wird. Und die Erbsarbeit wird bezahlt. Und da sage ich eben Vorsicht, wir stellen im Prinzip das, fast das, nicht ganz, aber fast das gleiche, die gleiche soziale Spaltung auf einer anderen Ebene wieder her. Und die Sorge habe ich, dass dort diese gute, diese hochinteressante und kreative Idee von dem Grundeinkommen am Ende nicht funktioniert. Also meine Sorge ist nicht, dass da sich irgendjemand auf der faulen Haut liegt. Das gar nicht. Meine Sorge ist, also die gibt es, aber die sind wahrscheinlich nicht gesellschaftlich zu vernachlässigen. Volkswirtschaftlich, ja gesellschaftlich nicht. Meine Sorge ist tatsächlich, dass sich das nur auf einer anderen Ebene reproduziert und dass wir die gleichen Probleme wieder haben und dass wir über andere Mechanismen nachdenken müssen, Arbeit zu verteilen. Und zwar so, solange es es Erwerbsarbeit gibt. Also in einer anderen Gesellschaft, in einer, sage ich mal, urkommunistischen Gesellschaft, da ist das natürlich etwas anderes. Da kann man das ganz anders hängen. Hat aber auch nicht funktioniert. Davon sind wir sehr weit entfernt. Das hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Und die Urkommunistische ist schon ganz lange her und die Begeisterung zu arbeiten war da auch nicht so enorm. Der Punkt war, dass das Arbeitsleben die Leute dann auch nicht so angesprochen hat. von der Urkommunistisch. Also ich glaube, das ist ein jübsches Beispiel davor. Um den Punkt von Frau Hain nochmal aufzugreifen. Also klar, wenn ich jetzt sage, ich würde jedem, ich nehme jetzt mal eine Summe 500 Euro im Monat geben. Davon kann Ihnen, also gut, wenn es jetzt wieder vier Personen sind bei 2.000 Euro, wird es dann schon, ich kenne Leute, die da durchaus ordentlich von leben. Aber das kann man davon ausgehen, dass der eine oder andere auch noch den Anreiz hat, zu arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Aber die Probleme, die wir jetzt im Augenblick im System haben, die würden sich dann tatsächlich auf der Ebene wiederfinden. Und deshalb ist für mich tatsächlich nach wie vor der Knackpunkt, bedingungslos ist nicht. Weil ich muss, wir kommen ja auch nicht umsonst auf diese 1.200 Euro pro Person und Monat. Ich habe natürlich viele Menschen in Grundsicherung oder in Grundsicherungssysteme, die aus einer ganz anderen Notwendigkeit da drin sind und denen wir nicht mit 500 Euro helfen können. Wenn ich zum Beispiel an Grundsicherung im Alter denke oder wenn ich an Grundsicherung im Zuge von Eingliederungshilfe oder anderen Dingen denke, da werden ja auch ganz andere Preise und Summen aufgerufen, um ein menschenwürdiges Leben zu berechnen. Und das kann ich nicht bedingungslos machen, sondern ich muss es tatsächlich im Einzelfall halt eben auch am Bedarf ausrichten und entsprechend bemessen. Und dafür brauche ich die Verwaltung. Deshalb, ich sage mal, es gibt ja einen Punkt, den finde ich als Liberaler ganz schick, am Bedingungslosen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich der Punkt, ich könnte viel an Verwaltung erst mal loswerden. Das ist so der erste Gedanke nach dem Motto, ja, ich bräuchte nicht, genau, ich bräuchte, ich sage mal, riesige Bürokratien, nicht die 327 verschiedene Sozialtarife ausrechnen und zuweisen und bewerten und prüfen und sich da so richtig schön den Tag beschäftigen. Also da hätte ich ja schon mal was für über. Der Punkt ist nur, ja, das bedeutet aber, da müssen wir überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, eine Summe für alle, eine gleiche Summe für alle, egal welcher Bedarf da ist, da sollte jetzt mal jeder in Ruhe drüber nachdenken, ob er das möchte. Denn in dem Moment, in dem ein Euro dazukommt, habe ich sofort die Verwaltung und dann prüft die wieder. Und dann habe ich die, brauchen wir uns in Deutschland nichts vorzumachen, wir sind da so, also da haben wir ja irgendwie ein leichtes Bürokratie-Gen, haben wir ja irgendwo bei uns eingedengelt. Das heißt, wir werden dann sofort anfangen, alles zu prüfen und das ist auch einer der Hauptgründe und der Hauptkritikpunkte auch an Hartz-IV-Verwaltungen. Also da wäre ich vorsichtig. Also entweder sagen wir eine Summe für alle, für alle Bedarfe, da bin ich skeptisch, oder wir sagen, okay, es gibt natürlich eine Grundsumme, die ist bei uns in Deutschland ja nun auch gerichtlich hinreichend ausgeklagt. Ich finde das auch anständig, ich finde eine Gesellschaft in unserer wirtschaftlichen Situation, die sollte keine Menschen haben, die tatsächlich jetzt an den Grundelementen knapsen müssen. aber ich gehe schon davon aus, dass wir halt dafür Sorge tragen, dass tatsächlich immer der Bedarf da ist und dass auch der Bedarf nachgewiesen wird gegenüber der Gesellschaft. Also das halte ich persönlich für wichtig. Ansonsten glaube ich, dass die einen hinten rüberfallen, also Menschen mit Behinderung zum Beispiel hinten rüberfallen könnten und auf der anderen Seite doch ein bisschen Anreiz da ist, nichts zu tun. Darf ich Sie auf der anderen Seite? Frau Pfennig, genau und dann Frau Hain und so. Sie haben zu Anfang jetzt gesagt, und wenn der dann einen Euro mehr hat, welchen Euro meinen Sie mehr? Das ist egal. Den, den er mehr an Bedarf hat. Ja. Zum Beispiel, weil er, ich sage mal, ein Handicap hat oder so. Ja, genau. Also das bedingungslose Grundeinkommen heißt ja nicht, dass jemand, der mehr braucht aufgrund zum Beispiel einer Krankheit, einer Behinderung oder was auch immer, ganz viele Gründe geben, dem das nicht zusteht. Oder jemand, der jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 1.500 Euro Rente bekommt, mal angenommen. Es wird Menschen geben, die das haben. Vielleicht auch so ein bisschen mehr. Das heißt ja nicht, dass der dann nur noch das Grundeinkommen bekommt und damit dann auskommen muss, sondern das, was er jetzt hat, wird er dann natürlich weiter haben. Ja, aber da haben Sie die ganzen Verwaltungen und die ganzen Prüfungen immer wieder mit dabei. Es sei denn, Sie sagen, ich bin mit dem Grundeinkommen zufrieden. Für die Rente, denke ich mal, wird es eine Lösung geben. Ich habe hier ein ganz tolles, Zitat gefunden vor einer Zeit von Wolf Lotter. Keine Ahnung, wer das ist. Jemand, der sich mit dem Grundeinkommen auseinandergesetzt hat. Es ist mir nicht mehr die Zeit geblieben, rauszubekommen, wer das ist. Die Finanzierbarkeit ist gewährleistet, sagt er. Freiheit ist die schwierige Übung. Und das ist das, was ich ganz oft auch sehe, wenn es um Diskussionen mit Politikern geht, wenn man das im Fernsehen oder so beobachtet. Es wird dem Menschen an sich irgendwo nicht zugetraut, dass er, wenn er dieses Grundeinkommen bekommt, damit ordentlich umgeht. Diese Freiheit, dieses Vertrauen fehlt irgendwie. Irgendwo ist immer im Hinterkopf, so kommt es zumindest bei mir an, ich brauche etwas, um diesen Menschen oder jeden Menschen in irgendeiner Weise zu kontrollieren und einen gewissen Druck auszuüben, damit er das macht, was ich gerne hätte. Und dieser Druck oder dieser Gedanke, wenn der wegfällt, dann ist der Weg zum bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr ob, sondern nur noch, wie packen wir es am besten an. Frau Hein, würde noch was sagen. Also ich glaube, die Idee des Grundeinkommens ist ja auch geboren aus der Tatsache, dass wir zurzeit konfrontiert sind, nicht nur mit einer überbordenden Bürokratie, sondern auch mit einer entwürdigenden Antragspraxis, dass man für alles, was man gerne braucht, was man glaubt zu brauchen, irgendetwas beantragen muss. Und das kann man nur aufheben, indem man alle gleich behandelt, und zwar alle, egal ob sie es brauchen oder nicht. Wenn man dann eben von den Bedingungen absieht, dann kann man diese Entwürdigung aufheben. Das verstehe ich schon. Das finde ich auch das Sympathische daran. Ich glaube eben nur, dass es am Ende nur auf einer anderen Stufe wieder hochgehoben wird. Und das ist dann, in dem Moment, wo ich sage, okay, wir reden jetzt mal über die Höhe, die ist ja sicherlich schon sehr unterschiedlich. Welche Bedarfe, also ich habe da auch die, gibt es ja so eine Synopse, da stehen ja alle möglichen Höhen drin, was das bedeuten kann. Welche Bedarfe sind es denn, die wir da hineinrechnen und welche nicht? Man kann sagen, okay, es ist für alle, ich hatte schon dieses Beispiel, Mietbeispiel München-Magdeburg mal, kurz an, das geht gar nicht. Also man kann in München nicht mit dem Gleichen mieten wie in Magdeburg, das geht ja nicht. So, ja, es ist ja sehr schwierig. Also okay, wenn man vielleicht an den Elbebahnhof zieht, das ist auch eine ordentliche Miete, aber muss man ja vielleicht in Magdeburg nicht zwingen. Also da ist es schon mal schwierig und man muss natürlich, und das sehen, aber die Modelle glaube ich auch alle vor, dass besondere Bedarfe, zum Beispiel wegen eines Handicaps, also dann eben zu entsprechenden Zuschlägen führen. Das kann ich mir noch alles vorstellen. Das Problem ist tatsächlich, wir müssen wegkommen von dieser entwürdigenden Antragstellung, wie kommt man da weg? Man kommt weg, indem man alle gleich behandelt. Es gibt da sogar ein Beispiel, im Übrigen würde ich das in den Bereichen, also in der nicht erwerbsfähigen Bevölkerung, durchaus als eine Möglichkeit sehen, das Modellhaft mal durchzuspielen, also bei der Rente beispielsweise, oder bei der Kindergrundsicherung kann man das sicherlich machen. Und ich weiß, dass es in Dänemark, jetzt gibt es das glaube ich nicht mehr, ein solches vergleichbares Rentenmodell, mit so einer Grundrente gegeben hat, dann kriegt er auch der König. Genau, gibt es noch. Gibt es noch, ja. Gut, ich wusste nicht, ob die da auch schon dran rumgeknapt haben, weil die Amerikaner gehen an ihre wenigen guten sozialen Euro immer wieder ran. Also das geht. Und deswegen denke ich, nee, man muss schon drüber reden, wie man mit dieser Idee umgeht. Ich habe, wie gesagt, ganz andere Probleme, ganz andere Kritiken daran, das ist die, dass ich den Stellen in einer Gesellschaft, die von Erwerbsarbeit und von Warenproduktion lebt, diesen Stellenwert von Erwerbsarbeit dann gerne neu definiert haben möchte. Und das muss man dann schon mal auseinanderklarbüsern, weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass diese Tendenz, die wir jetzt schon haben, alles, was in irgendeiner Weise da auf die öffentliche Hand oder wer auch immer nicht mehr bezahlen möchte, wird in den ehrenamtlichen Bereich gedrängelt. Und ich fürchte, diese Tendenz würde sich verstärken, weil die Leute sind doch abgesichert. Und da wird es für mich so etwas wie alimentieren. Und das fände ich dann wieder ein bisschen schlecht, als dieses Grundmodell, dass ich frei entscheiden kann, dass ich frei aushandeln kann, zu welchen Bedingungen nehme ich eine Arbeit an. Das finde ich alles sympathisch. Ich fürchte nur, es funktioniert nicht so. Und das ist meine Kritik daran. Aber wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen. Deswegen würde ich mal an anderer Stelle anfangen, zum Beispiel eben in dem anderen Bereich. Ich wollte mal noch zwei Aspekte mit reinbringen, die ich mir mal notiert hatte, die mir heute so eingefallen sind im Laufe des Tages. Wir haben ja den demografischen Wandel, der schlägt ja auch in Sachsen-Anhalt gewaltig zu. Die jungen Leute ziehen alle weg. Die ziehen ihre Arbeit hinterher. Könnte man mit so einem Modell nicht diese Abwanderung auch stoppen? Und zweite Frage, was machen wir mit Ausländern? Wenn die merken, in Deutschland gibt es sowas. Ist das da nicht auch schon ein Thema mittlerweile? Genau. Das ist international ein Thema, in Europa sowieso. In der Schweiz haben wir gerade einen ganz spannenden Vorgang. Vielleicht zwei Sätze dazu. In der Schweiz wird ja mit Volksabstimmungen, wir haben ja eine andere Art der Demokratie, als wir sie haben. Und in der Schweiz läuft gerade ein Volksbegehren. Die Schweizer müssen 100.000 Unterschriften sammeln, dass sich das Schweizer Parlament mit der Idee des Grundeinkommens auseinandersetzt. Diese 100.000 haben es am letzten Wochenende geschafft. Sie haben noch Zeit bis August, da werden sie noch mal 30.000 drauflegen. Einfach nur zur Sicherheit, weil es doch immer mal jemanden gibt, der was weiß ich, doppelt unterschrieben hat oder wie auch immer. Also dort ist auf jeden Fall einiges, die sind schon etwas weiter als wir. In der EU gibt es die gleichen Initiativen wie hier in Deutschland auch. Es gibt gerade eine EU-Petition, da werden wir auch als Initiativgruppe Magdeburg hier Unterschriften sammeln, sind wir gerade dabei, kann man im Internet machen, kann man aber natürlich auch ganz alt hergebracht auf dem Papier machen, um das EU-Parlament zu verpflichten, dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen und sich darum wirklich ernsthafte Gedanken zu machen. Auch nicht nur eine halbe Stunde Anhörung im Petitionsausschuss, sondern wirklich mal das Für und Wider abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen. Das kann man machen oder eben doch nicht. Mich würde auch noch mal interessieren, Sie haben alle auch gesagt, dass es in vielen Ländern gibt. Also es gibt Schweiz, nicht nur Alaska habe ich gelesen, in Mongolei sogar, da gibt es da Projekte. Kommen wir mal wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Gibt es denn hier in Sachsen-Anhalt, bleiben wir mal in unserem Land, so eine Art Rechtsgrundlage schon dafür oder gibt es nur Ideen? Eine Rechtsgrundlage ist mir nicht bekannt. Die müsste ja von oben kommen. Was es auf jeden Fall gibt, ist diese Bewegung, ich sage mal von unten, die sich durch alle Schichten zieht, die interessanterweise wenig von den Hartz-IV-Empfängern getragen wird. Warum das so ist, habe ich noch nicht verstanden. Aber die sagen, die sagen einfach, wieso, die kann vielleicht daran liegen, ist jetzt meine ganz persönliche Begründung, wenn ich über einen längeren Zeitraum Hartz-IV-Empfange und da regelmäßig hingehen muss und meinen Antrag erneuern muss und so weiter und so fort und immer wieder gesagt kriege, so und du musst dich jetzt da bewerben und wenn du das endlich richtig machst, dann kriegst du endlich Arbeit und jetzt gehst du da in den 1-Euro-Job und dann machst du etwas und wenn du den gemacht hast, dann hast du die Chance auf Arbeit. Dann hat er vielleicht ein halbes Jahr irgendwelche Puzzle zusammengesetzt oder wie es in Hamburg da abläuft. Also dieses Beispiel finde ich immer wieder toll, wo Leute, die gelernte Einzelhandelskaufleute sind, üben, wie man einen Supermarkt, die Ware auffüllt und wie man das verkauft, finde ich immer wieder toll, immer wieder gern genommen. Leider Realität, das ist eigentlich eine schlechte Satire, aber so ist es leider. Irgendwann bin ich so weit, dass ich mich damit zufrieden gebe und dass ich auch für mich kein Selbstwertgefühl mehr habe und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, dass den Menschen einfach ihr Selbstwert genommen wird, weil alles nur über diese bezahlte Arbeit definiert wird und wenn du das nicht hast, aus welchen Gründen auch immer, ein Grund ist für mich, es ist nicht genügend bezahlte Produktionsarbeit oder Dienstleistungsarbeit da, dann bin ich ausgegrenzt. Und das ist etwas, das können wir uns als Gesellschaft gar nicht leisten, weil wir damit ganz, ganz viele Menschen ausgrenzen und wir das Potenzial, was diese Menschen haben, gar nicht einschätzen können. Ich sage mal einen Punkt dazu, weil Sie immer sagen, wir haben nicht genügend bezahlte Arbeit. Also wir werden in Zukunft auch gerade in Sachsen-Anhalt weniger Menschen haben als Arbeit. Also das ist in Sachsen-Anhalt tatsächlich so, demografischer Wandel wird bei uns sehr, sehr schnell zuschlagen und die attraktiveren Lebensbedingungen in anderen Regionen Deutschlands sorgen ja ganz deutlich für Abzug. Ob dann die eine oder andere interessante Aktion zum Rückholen dann zieht, kann man dann selber bewerten. Aber ich glaube, dass man da gar nicht von ausgehen kann. Also ich finde schon wichtig, dass man, ich sage mal, vielleicht den Wert, den wir Arbeiter oft beimessen, ein bisschen relativiert. Also was man oft ja merkt, ist, dass man einen Menschen tatsächlich an seinem Erwerbseinkommen in der Wertigkeit bemisst. Ich glaube, das ist eine extrem abenteuerliche Entwicklung in dieser Gesellschaft, gegen die man auch im Endeffekt agieren muss. Aber auf der anderen Seite werden wir schon sagen, also wir können nicht davon ausgehen, wie Sie das jetzt gerade tun, dass wir zukünftig halt eben weniger Arbeit haben, sondern unsere Zahl der Menschen in unserem Bundesland schrumpft und zwar sehr deutlich und wir müssen hoffen, dass wir zukünftig im Zuzug in unserem Bundesland genügend Menschen bekommen, die die Arbeit erledigen, die hier anfällt. Also von daher ist das nicht der Punkt, meiner Meinung nach. Wir sind wohl wieder bei dem Thema, was ist Arbeit, ne? Nee, also richtig Erwerbsarbeit. Ganz normal, also selbst stinklangweilige Arbeit, wir sind hier in der Verwaltung, in der Verwaltung oder im Einzelhandel oder sonst wo. Ja klar, das ist ganz normale Arbeit und dafür werden wir zukünftig Leute nach Saksana locken müssen, damit sie die machen. Aber es gibt eben Selbstständige auch. Aber was ist das für Arbeit, wo wir gerade in Magdeburg vor ein paar Jahren ganz stolz waren, wir sind diejenigen, die, ich weiß nicht, wie viel tausend Arbeitsplätze hier im Callcenter-Bereich geschaffen haben. Ich habe anderthalb Jahre im Callcenter gearbeitet. Ich weiß, wie viele meiner Kollegen damals sehr gering entlohnten. Also nicht mehr als sechs Stunden arbeiten konnten, weil man diesen Job nicht länger als sechs Stunden am Tag aushält. Und auch nicht durften, weil die Unternehmen das nicht so gerne haben? Nee, es ist einfach nicht, es ist nicht zu packen. Ich habe es anderthalb Jahre mit acht Stunden durchgehalten, aber dann war wirklich Schluss, mehr ging nicht. Und von diesen sechs Stunden und ich sage mal, sieben Euro fünfzig, wenn sie gut bezahlt werden, kann ich nicht leben. Also gehe ich wieder zum Hartz-IV-Amt und sage, hier, bitteschön, ich arbeite zwar, aber es geht nicht. Und das ist noch ein relativ gut bezahlter Job. Und gerade von dieser Art Jobs haben wir in Sachsen-Hanhalt eine ganze Menge. Ist so, aber Gott sei Dank wird sich das verändern. Und das ist ein Punkt, den wir natürlich auch berücksichtigen sollten. Sachsen-Hanhalt wird in Zukunft, die Unternehmen in Sachsen-Hanhalt werden händeringend nach Fachkräften suchen. Also wir werden ein ganz neues Problem bekommen in dem Bereich. Das freut mich, weil ich bin ja gerade Arbeitssuchende. Aber Sie werden nicht so automatisch dann auch Einkommen zahlen oder Löhne zahlen. Das ist das Problem, wo so Unternehmen bezahlen. Also ich glaube, haben wir da noch ein paar andere Probleme, die mit dem Zusammenhang gelöst werden müssen. Einmal die Tatsache, dass ich ja das vorhin schon gesagt, Arbeit da ist, die nicht bezahlt wird, die ins Ehrenamt abgedrängt wird. Und wenn man einen Haufen Bürokratie sparen würde, dann könnte man das Geld ja schon mal nehmen, um diese Arbeit zu bezahlen. Das Zweite ist, das Zweite ist, dass wir schon dafür sorgen müssen, dass die Arbeit, die geleistet wird, zum Teil auch schwere Arbeit, meine Töchter haben beide mal das mit dem Callcenter versucht. Also ich weiß auch da, wovon Sie reden, dass man diese Arbeit ordentlich bezahlt. Also jetzt kam die Nachricht, dass die irgendwo, eine Friseurkette sich doch für einen, was wollen die, 7,50 Euro? Die Gewerkschaft hat das jetzt durchgedrückt. Es ist in Ordnung, dass es da Mindestlohn gibt, aber wir wissen inzwischen, dass man mit 7,50 Euro und 8,50 Euro noch nicht aus der Falle rauskommt. Also werden wir schon mal über Mindestlöhne reden müssen und nicht branchenbezogen hier mal 3,50 Euro und dort 7,50 Euro und in der Mentalindustrie ist da dann dort, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung, sondern man muss es generell machen und den Mindestlohn schon dort ansetzen, dass man aus dieser Armutsfalle rauskommt. Und dann könnte es vielleicht auch funktionieren, dass wir die Leute wieder herholen. Jetzt sage ich noch was ganz Ketzerisches, wenn wir denn mal nicht so viele Hochschulstudienplätze abbauen, ja, dann könnten wir möglicherweise auch ein paar mögliche Alte. Das wäre ja schon das nächste Thema, was wir machen könnten. Das kann ich jetzt nicht sagen. Eine Sache, die ich vielleicht noch habe, wenn Sie schon fast am Ende, Social Media beziehungsweise das Internet. Sie hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, Frau Pieper. Es gibt ja auch ganz tolle Aktionen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Beziehungsweise das können Sie auch zu Hause mal testen. Sieht fast aus wie von der Bundesagentur für Arbeit, ist es aber leider nicht. Sondern es ist von der Bundesagentur für Einkommen. Da kann ich also einen Antrag stellen auf bedingungsloses Grundeinkommen. Und Sie hatten, Frau Pieper, in einem Vorgespräch hatten wir schon mal darüber diskutiert, also ein paar Angestellte des Arbeitsamtes hatten damit schon zu tun. Ja, das ist eine Aktion, die in Berlin vor zwei, drei Jahren gelaufen ist. Die Formulare gibt es immer noch im Internet. Man kann die sich runterladen. Und es wurde eben wirklich ausgedruckt und man ist dort hingegangen und die waren etwas irritiert. Das ist so. Ich glaube es. Okay. Ich möchte noch einen Satz zur Höhe sagen, weil es ja vorhin noch ging, Mieten in Magdeburg oder in München. Ein Betrag, der in Deutschland bundesweit gleich ist, der jetzt gerade kurz angehoben wurde, ist der Fendungsfreibetrag. Der liegt jetzt neuerdings bei 1.045 Euro. Der ist in München genauso hoch wie in Greifswald. das wäre schon mal eine gute Diskussionsgrundlage. Denn da sind die Dinge schon zum großen Teil mit einberechnet, die man wirklich zum Leben braucht. Etwa in der Höhe setzen auch unsere Modelle der Mindestsicherung zum Beispiel an. Also das ist schon da sind wir ja schon apropos letzter Satz, da sind wir schon bei den letzten Sätzen. Ich möchte gerne von Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz in einem wirklich möglichst kurzen Satz begründet wissen, warum sind Sie dafür oder dagegen, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Wir fangen mal bei Frau Nüssensgang. Ja, ich bin gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich darauf setze, dass soziale Sicherungssysteme fördern und fordern müssen und das sehe ich beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr gegeben. Frau Piper. Ich finde es menschenwürdiger, ich finde es als guten Vertrauensvorschuss, kann man es ansehen und es entbürokratisiert ein bisschen, denke ich mal. Ja, das sind so die Hauptgründe. Frau Rennig? Also ich bin auf jeden Fall für das bedingungslose Grundeinkommen, weil erstens wir als Gesellschaft reif sind und uns das leisten können. Für jeden. Vom selbstständigen Denken, ja. Ich möchte gerne, dass es weiter diskutiert wird, habe aber Sorge, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen allein die Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben, die sozialen Probleme nicht zu lösen sind. Ja, bisher hin, vielen Dank. Wir hatten heute mal eine wirklich Frauenpower-Runde, so kann man das ruhig nennen. ein Thema, liebe Zuschauer, was sicherlich in den nächsten Wochen nicht nur vor der Bundestagswahl oder vielleicht auch vor der Europawahl nochmal hochkocht, sondern ich würde mal sagen, wir treffen uns nochmal in zehn Jahren und dann schauen wir mal, wie weit es damit geliegen ist, ob wir dann schon wirklich hier mit unserem Grundeinkommen sitzen oder nicht. Wir freuen uns auf das nächste Thema, Dietmar Pauke und ich auch und wir wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Applaus 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 Applaus